einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu den toten auferstanden von den toten willkommen zu we rising hi ich bin aber untot du bist tot du bist und tot und ich bin tot nie ist egal macht nichts länger länger nicht aufgenommen längere pause eingelegt sozusagen ja viel zu viel sonne für ein vampir es war unerträglich war menschen wohnung wir konnten nicht aufnehmen deswegen deswegen geht es leider erst jetzt weiter also hier ist immer noch unerträglich warm also ich spitze jetzt auch aber egal wir haben etwas bessere rüstung mittlerweile also hier so ein paar holzahn stiefel und holzahn brustschutz haben wir schon und die anderen sachen müssen wir herstellen ja habe ich gerade dabei ja du hast hier ach so ach du machst schon ich habe schon stiefel ja aber ich nicht da darf ich mir auch rüstung machen ja ich wollte nur sagen ich dass du für mich jetzt auch noch irgendwie welche machst aber ich habe stiefel an und und den brustschutz haben genau das hatte ich dir schon gebastelt so und ich hatte jetzt als wir hier eingeloggt hatten mal kurz in die schmiede geguckt und ein eisenbarren braucht ja zwei minuten und hier so eine so eine eisenachst die braucht ja 20 sparen also brauchen daher jahre 12 160 barren also das ist wir brauchen eine schmiede eine zweite und so kann man da nicht überhaupt nicht hinterher die kann man auch bauen 180 stein und verärzt haben wir das hier drin das rüstung was ist denn hier in der kiste mit halle hat man hat jetzt gut verärzt oder kupfer barren verärzt haben wir schon mal 17 kupfer erz schon mal gut schleifsteine pflanzen okay ich hab noch ein bisschen sprengstoff hier ich glaube ich immer raus und spreng mal hier das kupfer ding weg irgendein ist hell sei vorsichtig geht schon nicht dass du mir da verglüßt kratze ich dich wieder vom boden weil da nur noch ein haufen asche da ist ja wahrscheinlich ich guck mal wem wir als nächstes ärgern können was haben wir denn hier schönes mhm vincent wir hätten mal vincent den frostbringer er bringt uns die gefängniszelle und verstärkte bretter doch das war ein knall hatten wir vincent warte mal der da ein schild an dahin das kommt mir irgendwie ich lese mal kurz vor als unerschütterlicher verfechter von recht und ordnung in dunley ist es seine mission das einfache volk mit seinen erschreckenden gaben erschreckenden gaben irgendwie es klingt nicht so toll zu beschützen einige sagen dass seine methoden härter und gewalt tätiger geworden sind seit seine schwester verbrannt wurde sowas aber auch die arme schwester zu verkucken die die also tatsächlich einfach naja vielleicht brauchten sie zündstoff ja wenn das holz alle ist muss man ja was anderes nehmen genau die haben sich eine alternative überlegt und da kann er jetzt kann sie ja nix für das ist so ok holen wir mal hier draußen ein bisschen rahmen zusammen geht wieder nur mühe ok hier steht auch schwefel gerade rum brauchen wir dann noch eisenerze also zum verbasteln ja das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig dann müsste man halt mal ach der mond ist aufgegangen ich hab verstanden ich hab der morgen geht auf uff naja egal egal hat keiner gesehen hat keiner zugehört gehört ja auch keiner zu ich weiß jetzt nicht genau wie viel eisenerz man braucht für einen barren aber da waren ja irgendwie tausend eisenerz drin oder so glaube ich mal guck mal musst du mal durchkalkulieren grob ich warte mal wo bin ich denn hier äh ne das ist falsch 20 20 eisenerze 3 4 6 äh quatsch 1 2 3 4 doch 2 4 6 880 kannst du mal gerade ein stückchen da rüber gehen ja ich schiebe mal meinen hübschen körper zur seite so eventuell wenn ich noch ein paar steine in der tasche werft die mal bitte raus ja sie kommen hallo jetzt wollte sie nicht die wollte die steine nicht geben müssen wir noch ein paar besorgen gehen sie hat sich partout geweigert haben wir keine mehr in der müde oder ne ich glaub nicht ne ich hab nicht geguckt äh wo die müde hin ach da war die drin ne mhm oder ja ja hier drin nö nö die waren wir hier in der kiste vielleicht ich geh dir auch mal ein paar steinchen besorgen die haben wir alle verbraten ja das hatten wir alles da reingeschmissen ach wir gehen doch ich geh zu den nachbarn gleich mal gucken hier hübschfrau wieso denn ich weiß noch meinen nachbarn gucken was so los ist ne vielleicht kann man da was abgreifen ja wer weiß abend dann baue ich nämlich da noch eine dritte schmiede hin und dann klappt das auch mit den eisenbarren die 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 naja ein bisschen was kann man kann man hier schon mitnehmen diesmal hatten sie keine kiste da was da los ich wollte die doch ausrauben mhm Mist wir machen es einem aber auch nicht leicht heute so das sind ja dann schon 400 also 2 ne quatsch warte mal ein eisenbarren das sind 10 barren das heißt die läuft jetzt schon mal 20 minuten 40 minuten so soll ich die steine dann einfach in die kiste packen und ist auch noch mal welche vorrätig haben das sind 300 mit 250 und das sind 300 so ja ja lass ruhig mal ein paar steine irgendwie sammeln und so ok haben wir denn hier in der metallekiste ich würde mal das kupfer erd in die metallekiste reinpacken wir machen aber da brauchen wir dann jetzt auch erstmal keins mehr da haben wir genug von ok ich habe jetzt eh nichts gefunden was so habe ich so steht steine das sind hier beim holz aus sind auch noch 100 bretter drin und jetzt kann man ja mal verschnibbeln noch weil es ist ja schnell gesammelt wenn man davon welches braucht das steht hier schon alles auf dem richtigen boden eigentlich müsste man so ein schmiede boden verlegen können wir den bauen hatten wir den nicht sogar schon oder war das der andere spielstand alchemielabor werkstatt ne wir haben den schmiede boden hier nicht ich guck mal so haben wir papier oder so vielleicht können wir noch was freischalten wir haben noch papier da ja warte mal ich kann ja mal gucken hier habe ich nicht gerade welches ich habe das drei blätter gefunden ja wir haben hier 64 papier da und auch 220 schriftrollen hm hm ich nehme mir das mal und guck mal wie viel ja toll rat mal was ich jetzt freigeschaltet habe äh äh weiß nicht die gnadenlose kupferkeule ja ja wir bauen zwar schon bald die eisen aber ist egal er hat uns noch gefehlt was ist denn hier neu äh aber man konnte doch auch hier mit den schriftrollen konnte man doch auch irgendwo ja aber das geht nur an dieser anderen an dem forschungs ne ähm wie heißt das ding ja es gibt doch da was verbesserte das von ja hier an dem studierzimmer ach ja genau da ja ok dafür braucht man dann auch nochmal papier aber 40 stück die haben wir natürlich jetzt nicht mehr ne gut egal nöderweise haben wir ja auch die dings nicht ne die äh wir haben noch nicht die hohen kisten ne die schränke ja die schränke fehlen ja so steine pack ups uu uu ups was denn da ich schlag das haus so ah hier ist auch steinstaub genau was muss man sagen ja warte mal ich wollte gerade mal noch eine kiste bauen ähm steinchen ich würde mal hier noch eine kiste hier hinstellen dann kannst du da vielleicht die steine rein machen ja warte steine und steinstaub ja und hier steinkörper und darauf glaube ich leben ok so ich nehme mal die steinziegel mit noch ein ach wir haben kein grabstaub mehr aber äh der ist glaube ich in einer anderen kiste beim holz ganz oben rechts habe ich den gesehen ja ja da hatte ich ihn gerade rausgenommen ja dann müssen wir die knochenmalmen oder da mache ich mal welche so und das kann natürlich dauern egal ja ist in der produktion so schloss äh mauern ja genau okay gehen wir mal gerade hier raus lernen blödes ding achso hier kommen wir gar nicht weiter rüber so was doofes was steht denn hier drin ach hier ist das sägewerk ding ok mhm einen forschungstisch hatten wir hier nicht ne ne es ist nicht da wo ein forschungstisch doch der ist da oben auch da weil ich muss auch da hin das dein ähm ne so alchemie es ist grad baum die space gefallen hier ja ja ähm hoch nein das war falsch ich müsste tränke basteln ganz außen hier da wo ganz außen nutiges hier ist doch grab staub hier gemahlenes und grab staub lol hier ja warte mal dann kann das nämlich hier aus der kiste raus so so was brauche ich da noch ach so steine dann nehme ich mir mal ein paar steine hier raus ähm ne ich meine so ein alchemie tisch wo ich was dings machen kann aber das haben wir nicht glaube ich ja ich wir müssen ein bisschen anbauen müssen mal gucken wie wir hier das schloss noch vergrößern können okay ähm ich versuche gerade die grenzen hier ein wenig zu erweitern oha damit wir hier anbauen können ach das sind veredelte steine ah warte mal der der hier haben wir noch viel platz ist ja auch verbessert so noch mehr ich das so benannt makellos gleichmäßig ich habe das so genannt ja glas sehr gut ich mag den namen gleichmäßig gleichmäßig ok fische oh gott die ganze kiste stinkt ja ich war angeln waaah der wusste auch irgendwie keine ahnung mach den weg essen brat ihn wie auch immer aber das ist ja ui 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 wenn du da an der kiste vorbeigehst du da kriegst du ja zustände dem gaul der schon ganz grünes fell ah ja 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 der gaul ist das ist ein alter schimmel deswegen ist der so grün ach der war schlecht ah der war kacke junge junge hebt die füße an der kommt flach oh ich muss was trinken ich geh mal ich geh mir mal irgendwas blutiges besorgen ich hab sonst nämlich nicht mehr lange hier das ist nicht so jüd oh ich bin auch halb voll äh ich nicht ich bin nicht mehr so ganz nicht mal ansatzweise halb voll nicht mal mehr viertel voll äh steingolem ah das ist doof aber der hat hier irgendwas tolles kaputt gehauen hm mit papier und das ist dann wiederum gut ja ich flitz mal ganz schnell durch und sammle das ein was ist das denn nein nein oh oh nicht mich hauen oh ah danke wenn ich den steingolem jetzt mit in das lager nehme haut der das lager kaputt oh ein 43er meins äh ich muss niesen mann sundi äh ging nie anders was ist passiert ich musste mal eben niesen ich hab mich gehört ja kann gut sein dass es in der aufnahme ist nö achso bei dir aber hier ist nix ich hab nicht gehört ich rühre dich einfach da bist du gut drin so lalala ja haut mal schön den golem ob man schon auf ein paar kisten reinbauen haben wir denn hier noch platz da haben wir keinen platz mehr irgendwie sieht das pferd aus der ferne aus wie ein hund der am fressen ist ja oder da müssen wir mal irgendwie da müssen wir mal irgendwie ein feature request starten schau mal das pferd ordentlich designen das ganze dorf hier ausgelöscht finde ich gut dann habe ich nicht irgendwo ne keule hier so kann das hier nicht mal nacht werden ja das ist ja schön denn die ist mit dem kollegen ja auch nicht so schwer glaub ich ja jetzt resettet ihr aber fast dauert nein warte mal nein nie ja kollege kollegesteinchen au auch ja ja so wieso ist jetzt hier kein dachbaum so sehr gut sehr schön schwere geburt mann 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 so hat hier auch ein bisschen größer jetzt könnten wir hier noch anbauen machen wir das auch noch 3 achso jetzt muss man natürlich hier ein ein dienst reinbauen ups das wollte ich nicht was war das denn und dann kann das hier noch weg ob das schon gerade was englisch ist aber egal sah komisch aus im inventar ist es halt deutsch achso hat mich gerade ein bisschen verwirrt 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 ja total verwirrt das ist so gemein können sie doch nicht machen so ok dann haben wir hier das schon mal so jetzt können wir hier noch da und da und da ja jetzt müssen wir das hier nur erstmal alles weg machen ich bin hier fleißig das schloss am ausbauen ich sammle ein bisschen ressourcen ähm ja die äh was würde ich haben die forschungsstation ja ja das können wir dann alles dann im anschluss sozusagen bauen ähm müssen wir hier die ganzen ressourcen hier gerade weg bauen dass ich dann da mauern stellen kann mhm und dann haben wir hier auf jeden fall reichlich platz im schloss das ist hier sozusagen eine ausbau folge ist ausbaubar ist ausbaubar ja oh ich habe einen rubin gefunden komme ich jetzt nochmal hier hoch ja da rechts da ist der neue eingang ey ey ich häng grad an einem pixel fest in einem pixel ja natürlich nur einem ja aber das ist so groß dass ich mit dem c hängen bleibe na sowas aber auch stehe ich dir hier einfach so ne mitte geil ok das liegt an deinen großen hobbit füßen danke das habe ich das merke ich mir alles klar willst du auch sagen ich bin nur 1,17 oder was ne du bist 1,15 boah du arsche ja ist ok dankeschön nicht nur meine community mobbt mich sondern mein eigener mann gut alles klar alles klar danke ähm 5,5 rüstungsstufe 5 ok ich bräuchte äh wie du auch Eisenbahren da könnte ich die gnadenlose rüstung bauen dann hätte die auf jeden fall mehr gesundheitspunkte und mehr rüstungsstufe das werbe truffte hatten wir sonst noch irgendwo steinziegel äh ne also es gibt diese andere kiste stein irgendwas da hier sind noch steinziegel 120 stück ich bastel dir grad auch noch welche hab ja ja ein paar brauchen wir noch aber äh wer weiß was wir noch bauen ne die ist offen ja kann man einfach durchgucken so und ich jetzt mal ein bisschen holz ein bisschen okay wo hat da ist noch mal holz habe ich gar nicht gesehen so ja und ich habe papier gefunden 17 haha vergiss es zu wenig ja ich habe ich dachte ich könnte etwas erforschen aber ich habe zu wenig gefunden natürlich hm okay ja warte mal ja okay da bitteschön guten hunger wieso kann man denn hier keine grenze setzen ist da irgendwas im weg ja es geht hier nicht mehr Mist schade wer doch noch genau platz für einfällt oder muss ich da vielleicht hier mal hier den baum weg machen aber eigentlich nicht ja naja nicht dass der irgendwie weiter geht von der grenze her eigentlich müsste es gehen aber computer sagt nein computer sagt nein ah wie gemein böser computer mhm fische warte mal da sind doch diese pinien zöpfen dinge ich würde immer noch gerne wissen wie wir pflanzen anpflanzen diese samen mhm das es gibt auf jeden fall diese komischen blumen pötter die brauchen wir wahrscheinlich weil 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 ach das kacke ähm das mal da rein da weil dann könnte man nämlich die baumwolle bei uns hier anpflanzen ja macht sinn so bloß mauern fische äh das sind die super edelsteine hat sich das licht irgendwie verändert ist gerade eine decke dazugekommen oder so äh ich mache habe gerade angebaut und habe es gerade aufgemacht deswegen war die decke ist die decke jetzt weg und jetzt ist sie wieder da ah ja jetzt alles klar okay so okay dann haben wir das auch ich glaube viel größer kann man nicht mehr werden so wieso doch hier hinten wäre noch ein bisschen platz ich baue dir auch gleich noch die rüstung mit wenn ich das kann ja dann brauche ich dafür stoff ich weiß es nicht die verwässerte oder hast du die bereits an ähm ich habe an die holzahnstiefel ne nur die rüstung brust meine ich damit die brust habe ich schon an ja die 6er ne die 5er holzahnbrustschutz ähm achso ne die kann ich nur einmal herstellen weil du deine dafür opfer musst sozusagen äh dann müsstest du mal hierher kommen später so wie weil ich meine dafür opfern müsste ne du musst die holzahnbrustschutz benutzen zusätzlich zu den eisenbarren die hier und dann kannst du dir die bessere herstellen wuuh warte ich würde grad sagen ich muss mal ein bisschen ins licht aber welche bessere unten rechts die hat 6 rüstung und mehr gesundheitswerte kann ich nicht wieso ne ich kann hier nur die 5er rüstung bauen die ich schon anhabe ich habe dir doch grad die eisenbarren gegeben holzahnbrustschutz hast du an ja genau und die gnadenlose holzahnweste hast du noch nicht gelernt die musst du ja wahrscheinlich irgendwo lernen ne die ist mir jetzt ganz neu ähm wo haben wir hier diese forschungs na hier ne es gibt noch was anderes das müssen wir bauen wie heißt das andere studierzimmerdingen da meinst du yes da gibt es die bessere ja da brauchen wir noch ein paar bretter für und 40 papier äh das papier ist alle papier mhm 34 papier haben wir da shit wieso ist denn jetzt hier ach wir haben 80 grenzen hier drin shit da bräuchte man ein glas und die verbesserten blutessenz da könnte man das nochmal aufwerten aber okay dann können wir nicht mehr größer bauen bisschen glas haben wir da und blutessenz ne wir können keine grenzen wir können das schloss nicht größer bauen weil das schlosszentrum nicht mehr hergibt aber wenn wir es aufbessern hast du gerade gesagt dann können wir das tun wir brauchen 24 glas äh warte wo waren das drin nein nein 27 glas haben wir wie viel blutessenz verbesserte hier haben wir ja und 24 eisenbahnen das ist ein problem das hast du nicht erwähnt doch hab ich wohl erwähnt nein doch hab ich wohl erwähnt nein stoppst das Zeug da das Ding rein hier aber das rote Teil das rote ja hier in die blubberblase hier das rote ja aber ich hab da keine äh bahren achso die hast du du musst mir die bahren geben danke ach 24 wir haben 19 warte mal ja in der schmiede müssten noch welche drin sein da hat ja jemand drei stück gebaut echt wer war das das war ja voll schlau das war ja richtig weitsichtig mhm so okay du klasse warte denn jetzt 150 grenzen das ist doch gut das fährt steht da und was ist mit mir so war mal irgendwo war noch platz hier war noch platz und natürlich gleich tag wie viele mauern kann ich denn bauen eine ich brauche noch ein paar steinziegel äh wo rattert die mühle links hier irgendwo ne mhm so ein bisschen beeilen ups 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 ich sehe schon ein bisschen bekloppt aus mit meinem Hut äh äh heißt das es ist gleich ganz hell und wir haben nichts da ja okay guti ich muss hier noch zwei steine weg machen dann kann ich Fußboden verlegen und Wände stellen brauchst du nicht aufbauen lass das mir egal ich verbrenne hier gleich bevor ich jetzt hier verbrenne mag ich lieber ein bisschen Schutz haben danke was fehlt denn da jetzt für den Boden so sind wir jetzt hier sicher ja im moment ja so gut ich glaube viel größer kann man das hier nicht bauen ne hauptsache wie gesagt Papier hast du gesagt brauchen wir ja genau also wir sind jetzt überall außen so mehr oder weniger außenkante überall bündig ist hier drin oder da drin weiß nicht ob man hier eventuell da ist hier ne schräge ne ein bisschen schade da wär ja noch ein bisschen Platz gewesen unten aber wir kommen ja nicht wir können ja nicht runter bauen das ist ja das doofe hier vielleicht hier war das Problem auch mit der Grenze vielleicht geht das ja jetzt hm ja das geht tatsächlich jetzt hm dann war das Problem mit das war gar nicht das Problem dass man hier nicht äh dass das hier irgendwie verbuggt ist sondern das war das Problem dass wir keine Grenzen mehr frei hatten das müsste dann aber hätte da gestanden also ja vielleicht hat's irgendwo gestanden und ich hab's nicht gesehen ich weiß nicht genau ähm okay dann können wir ja hier noch den und den machen was dann brauchen wir noch ein paar Steinziegel dann können wir hier noch ein bisschen anbauen bei Gelegenheit also wenn ich das da jetzt wegreiße kriege ich das vermutlich nicht mehr zugebaut deswegen will ich das gerne lassen wir können ja mal kurz an der Mühle gucken da gibt's auch da sind noch elf Ziegel drin da ist nichts mehr noch ein paar Bretter hatten wir hier nicht auch irgendwie ein Portal oder so ne das war am anderen Spielstand da ist Papier wir brauchen ein paar Steinziegel ja nützt nix aber hab ich nicht noch welche produziert? ja ja doch aber die sind schon die hab ich schon verbaut also hast du nicht gesagt du brauchst gar nicht so viel hau doch noch Steine rein ich hab dir extra Steine besorgt ja die rödeln ja hier vor sich hin der einzelne Teil da kommt halt nicht nach aber das ist nicht schlimm macht nix das passt schon können wir in der nächsten Folge machen und dann ähm äh könnte ich das hier noch ein bisschen anbauen vielleicht können wir dann sogar da runter bauen muss hier so Treppen bauen außenbereich Treppen Holztreppen dann können wir da unten noch ein bisschen anbauen klingt gut dann haben wir ein Oberschloss und ein Unterschloss weiss? ja du wohnst im Unterschloss ja ja ich wohne gerne im Keller achso stimmt ja das ist dann kalt gut dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder bis gleich ein bisschen umräumen weiter bauen gucken dass hier ein bisschen Ordnung in die Hütte kommt alles klar bis denn dankeschön fürs zuschauen tschüss 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 tschüss